Ich weiß gar nicht, ist schon an? Läuft schon? Warte mal, guck mal. Ist schon an, ja genau, da kann ich die Zahl sehen hier. Roter Zahl. Also pass auf jetzt hier. Also hier, der Brother Michael und ich, wir erzählen euch jetzt mal wirklich, ich sag mal, so einen leicht rassistischen Witz. Ich auch? Ja, du auch, genau. Also pass auf. Da ist eine Türkin schwanger, mit Zwillingen, aber pass auf, die ist kurz vorm Platzen. Die hat also richtig Bomben drin, ne? Ja, genau. Pass auf, und dann setzen die Wehen ein, ne? Brutal, ne? Und in ihrer Verzweiflung, weil sie allein ist, ruft sie die Polizei. Der Polizist kommt und sieht also diesen fast platzenden Bauch von der Truller da, ne? Und sagt, pass auf, ist überhaupt kein Problem. Eiche. 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 Und da sagt der Bulle, also der Polizist, sagt, pass auf, ich bin auch Geburtshelfer, ich kann das mal schnell in die Hände nehmen, ja? Und die Frau legt sich auf den Rücken, macht schön die Grätsche und der Polizist steht da mit hochgekrömpelten Ärmeln, ne? Heißes Wasser und Handtüchern und so. Richtig, richtig. Und der klatscht in die Hände und sagt, na dann, press mal Mäuschen, ne? Und also die presst und presst und presst und der erste von den Zwillingen, ne? Der steckt das Köpfchen so raus, ne? Und sieht den Polizisten, ne? Geht wieder rein in die Mutterhöhle und sagt zu seinem Bruder, ey Achmed, wir müssen hinten raus, vorne stehen die Bullen. Hahahaha! Also, schöner du!